Ronny Fitness Ronny Fitness Ronny Fitness Hi Leute Hallo Leute Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Heute sind wir auf dem Weg zum Einkaufen Und ihr dürft gespannt sein was alles passiert Los geht Kommt einfach mit Los geht 12 kleine Welpen haben wir gekauft Wir wollen uns was dazu verdienen Bei der Sprit zu teuer Wir laden alte Asbestplatten Wir malen die Asbestplatten Shorts an Und verkaufen die als Nagelneues Wellblech Sag mal Meister was willst du denn haben hier Was platten wir? Ja für die kleine Palette ein Pfund Und die große Nimm sie mit Ich hab das Geld in meinem Portemonnaie gemacht Also Ja die sollten jetzt bezahlen Geht so nicht Mach doch halt in der Kaffee 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 Nix sag mal so Irgendwo Hört der Spaß auf Jo wir können uns ein Brötchen holen Jungs Jungs ich hau so ein Ding drin Das ist mein Brötchen Ich kann euch sagen Die Schuhe sind scheiße Weil da ist ein Netz drinnen Wo der Schnee durchsackt Hallo ich grüße euch Oh alter Guck mal her jetzt Das ist mein Brötchen Und ich habe jetzt Ich habe jetzt ein Blöck Ich habe jetzt schon ein Blöck Eines